Hallo Leute, heute will ich euch ein paar Sachen erzählen, über meine Story, über mein Sto ist halt so, ja, der Schule geht ja nicht mehr so lange, keine Ahnung wie viele Tage, ich muss das mal, hab ich wieder vergessen, ich auf jeden Fall werden dann in den Ferien, die ersten ab brauchen, fast keine Epis kommen, da ich einen Ferienjob hab und dann bin ich von 8 bis 16 Uhr halt nicht zu Hause und deswegen kann ich dann wahrscheinlich weniger Epis machen, ich muss ja auch erst verschreiben und so, deswegen wird's dann wahrscheinlich etwas länger dauern, und ja, ich hoffe, es ist okay für euch und dann hatte ich noch eine Idee von einer neuen Story, New York Live, das wird dann sehr wahrscheinlich eine Voice-Over-Story, wenn ihr das wollt, auf jeden Fall werde ich den Tell heute oder morgen hochladen und dann könnt ihr mir sagen, ob ihr die wollt oder nicht und wenn ihr die dann wollt, dann mache ich halt einen Voice-Contest und dann wisst ihr auch nicht, wenn ihr da mitmachen würdet, dann wird das auch richtig gut für die Story, ich mach mir damit auch voll viel Mühe, werde ich mir damit machen, weil ich werde die dann nur mit Videos machen und dann wird es halt auch ein bisschen dauern, wenn Epis kommen, also dann, wenn ich die dann mache, müsst ihr halt damit rechnen, dass es dann noch etwas länger dauert, als bei den normalen Epis, weil ich noch die Videos und so runterladen muss und auf die Stimmen warten muss, ja, das war's eigentlich, ja, schau, man sieht sich, peace out, ja, das war's eigentlich, okay, ich hoffe, scheiße zu hören, bye!